moin moin liebe freunde willkommen zu dark souls ja ich gehe mal als erstes gucken gerade sind das hat mich mit denen hier mir hat ja gesagt worden wie mache ich das anzeige umschalten genau ach da unten attribute bonus c bei stärker mit stärker ok was sieht es mit dem schwert aus der langen schwert cc jetzt beweglichkeit und stärke was bedeuten eingestadt die 18 anormal plus 18 beim stoß wenn ich verstehe schaden reduzierung süßig ok ja ok ok eigentlich das schwert geiler ich mache einfach nur das schwert nochmal egal so gehen wir mal hier weiter hoch alles andere haben wir ja soweit blutflecke ja ja was macht er zack ist er dort versuch mit springen ja klar werde ich gerade machen ok etwas war da gerade vorbeigeflogen bin ich ja einmal hochgegangen gell für die alte kann ja hier ist alles noch zerstört und da bin ich umgekehrt weil dann wieder ein nebelwand ist was kann man ja egal da geht es auf jeden fall nicht weiter hoch nöp egal äh ja es hilft ja alles nix ich muss ja mal hier durch ok steht da wieder versuchs mit blitz schießen damit fallen wa von hinten ist ja fies hey ich komme gleich da nuff ah da ist eine leiter sehr schön ich mach dich fertig du panner Hilfe das ist ja unfair Hilfe das ist ja unfair wa nicht mit mir wir leben ja immer noch ach und weg penner das versuchst mit sturz angreifen 23 hä sturz achten vor dir tolle aussicht ha ha ja aber echt nur dass ja nicht sehr detailreich ist die weitsicht naja grafik ist ja nicht alles es hat trotzdem irgendwie eine geile atmosphäre ok hier oben ist jetzt nix mehr ok klettern wir mal wieder runter ich wollte wahrscheinlich gleich erfahren was es mit den nachrichten auf sich hat ne tolle aussicht das war ja klar aber das mit dem Sturzflug das hätte ich ja gleich erfahren weil ich habe hier ein ganz dummes Gefühl vor allem weil da drüben eine Nebelwand ist das steht hier uah geschafft what uah nein falsche scheiße rennt doch aaaaah fuck it jetzt weiß ich was die meinen mit sturzfluss uah fuck it er hat mich erwischt uah ouch klasse brilliant jetzt Sturzfluss was so oh oh das ist ja schön effektiv wow Taurus Dämon ah Alter Alter ich mach den ja so kaum Damage ouch shit aieieieieiei alter leck mich doch Alter ich mach den so keinen Schaden kann das sein oh jetzt schonmal schnell nochmal heilen ist mir zu brenzlig what oh oh das war knapp boah ich versuche es einfach nochmal hochzuklettern ah schnell bevor er kommt boah er hat mich nicht mehr erwischt sehr schön so auf den Kopf Kopf ah oh hat es trotzdem geklappt alter das ist echt das effektivste egal was man macht komm putt putt komm putt putt ah fuck und tschüss hehehehe ah einfach nochmal haha haha nicht erwischt schön wie er hoch guckt oh lol wie man einfach total vorbeispringt eigentlich den Rest schaffe ich ja eigentlich noch so könnte ich schaffen zack und zack hey der lebt ja immer noch alter hat der mich ja umgehauen wow der Typ ist tollwütig ouch 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 stimmt wenn man Schild hoch macht dann ah ich will dich kriegen komm ja bäm weg ist er er war echt leicht mit dem drauf springen er hat gesiegt der war ja gut packbar Menschlichkeit Heimkehrknochen schön stehen hier jetzt noch alles vor dir dickwanzt dickwanzt fettwanzt heißt das doch normal versuch mit Tränen Tränen was geschafft ja ich hab's geschafft da hast du recht geschafft ja super nochmal echt gut dass da versuchst mit drauf sprung hat er gewusst das kann mir noch helfen schön ich glaub ich schätze aber mal das war einer der leichtesten die Postkämpfe noch wahrscheinlich nicht vorstellen dass das so leicht bleibt zack altblatt machen öh die Nachricht ist weg seh der ja schön da ist kann man da raus ne ich glaub ja nicht und sonst so ist ja irgendwas noch ne komm ich nicht hoch ne ok äh ist da jemand noch hallo öh was war das was war das jetzt ok ok da erwarten mich sehr viele Monster was ist hier das verschlossen toll klasse na ok äh ist hier unten noch was bevor ich starte und andere gehe oh wie ist das denn wer steht denn da der sieht nicht aus wie die anderen sieht normal aus menschlich gelobt seid die Sonne ist wohl hier so ein running gag oder wie ich sagen will immer an ruhigen Stellen wo die Sonne scheint he heiliger heiliger gelobt seid die Sonne ja schön so jetzt rede ich mal mit dem wer das auch immer ist hallo hallo du siehst nicht so weit davon ich bin Solera Bastora ein Adherant des Herrn Sonne jetzt dass ich nicht und dann habe ich zu diesem großen Land das Geburtstück des Herrn Gwyn um zu suchen meinen sehr eigenen Sonnen findest du das streng wo du sollst keine Möglichkeit deine Reaktion ich verstehe das immer immer ha 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 schön dass du noch lachen kannst wie das war es alles hey red mit mir oh aha also ich habe dich nicht schreit aber ich habe eine Proposition wenn du einen Moment hast ja klar habe ich einen Moment ah ja ok ja ok ja klar Hilfe kann ich immer gebrauchen weißer Symbol Speckstein weißer Symbol Speckstein was bringt das denn oh oi 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 hinterlässt ein Rufsymbol ah schön nett mhm mhm gefällt mir so ist das sowas das wie so 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 wir und engagieren in eine hohe Kooperation. Natürlich sind wir nicht die einzige, die in das engagiert sind, aber ich bin ein Kriter des Sonnens. Schöne meine Signature durch eine brillante Aura. Du musst blöd sein. Lustig. Schon wie die Sonne hier. Hat die Sonne noch mehr als... Ja, keine Ahnung. Irgendeine Symbolik. Oh, hallo da. Ich bleibe hinter dir. Der Sonne ist ein wunderbarer Körper, wie ein großartiger Vater. Wenn nur ich so groß sein könnte. Oh, hallo, hallo. Ich will dich oder dichau erstmal packen. Der Sonne ist ein wunderbarer Körper, wie ein großartiger Vater. Doch nur ich nicht bookend Maintenant kann es idol� utan betingen. Ich freue mich nur in die Sonne, Steingangsvorsorge in Einfach in die Sonne schauen. So berauschend. Ach komm, weiter geht's. Wah! Ey! Was ist denn jetzt los? Der ist ein Ruckler. Sonst hatte ich da nie Probleme mit der Aufnahme. Ach, ach. Mich huckt sie morgen. Okay. Eine ganze Armee von Skeletten. Juhu. Äh, was war das denn? WAH! ALTER! What the fuck? Ach du Scheiße! Okay. Alter, warum kam der jetzt her? Alter, wie soll man das wissen? Dass da ein Drach auf einmal angeflogen kommt und Feuer speist. Da bin ich ja froh, dass es nur so wenig abgezogen hat. Noch. Alter, leck mich doch im Arsch. Hier muss man auch ständig aufpassen. Das war uncool, Leute. Alter, ich geh da nicht weiter. Oh, hier geht's irgendwo runter. Was steht hier? Achtung, Feuer, ja. Hab ich festgestellt. Ja, boah. Ich halte es nicht aus. Ja, gar nicht gut verstehen. Ist aber nicht wie ein Horror. Ist irgendwie anders. Ähm. Wo geht's jetzt weiter? Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ich kann ja mal hier gucken. Hier geht's noch weiter runter. Ähm, okay. Das ist ein Leuchtfeuer, yeah. Und da sitzt jemand. Ich geh mal runter. Äh, das heißt runtergehen und ich nicht, ich weiß nicht, treten. Oh, er ist weg. Warum er das war. Hm, hm, hm. So, erstmal ins Leuchtfeuer. Geschafft. Wie, geschafft. Ja. Hä? Leuchtfeuer rasten. Okay. Schön, schön. Brauche ich hier nicht entfachen. Kann ich immer noch nicht weiter. Ach so. Okay. Was kann ich steigern? Vitalität ist zwar gut und schön. Konditionen, Bewegigkeit. Brauche ich alles. Ein bisschen stecke. Ein bisschen mehr. Konditionen, Vitalität. Oder was soll ich hier? Immer mehr Konditionen noch machen? Mache ich mal. Ah, verdammt. Wenn ich gerade dran denke. Oh. Das ist noch ein anderer. Ich habe doch noch Seelen irgendwo. Menschlichkeit. Ja, ist schon. Ach. Okay. Kann ich die irgendwie anders einsetzen, ohne dass ich sie auswählen muss? Wo hatte ich denn verlorene Seelen da benutzen? Zack. Gibt immer mal 400. Ich weiß zwar nicht, ob ich dadurch noch was lernen kann. Aber ich mache es einfach mal. Nur einmal das? Sonst hatte ich nichts. Naja, anscheinend nicht. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das... Nein, ich brauche 1800 zum Aufstieg. Scheiße. Mist. Hätte ich beschwaren können. Aber wo geht es jetzt hier weiter? Äh? Das kommt mir irgendwie... Ich habe gerade ein Déjà-vu. Was? Hier war ich doch schon mal. Äh, das kommt mir sehr bekannt vor. Zack. Ah. Das kenne ich doch schon. Hä? Wie ist es mal hier... Wie kommt das, dass wir hier wieder sind? Hä? Das ist tatsächlich das, wo man... Äh, toll. Also hier ist man jetzt wieder runtergekommen. Oh, da kommt noch einer. Au. Penner. Zu früh runtergelassen. Das Schild. Okay. Ach, die Leiter... War die Leiter schon mal vorher da? Nee, das kann nicht sein. Sonst könnte ich... Ist mir doch aufgefallen, hier neben dem Eingang eine Leiter. Ja, so blind bin ich jetzt auch nicht. Okay, auch wenn meine Leiter hier entschieden, dass wir zurück hier zum Leuchtfeuer kommen. Okay. Gross. Wieder ein Rundgang. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Ah, Rufsymbol. Nein, weg ist es. Schöte. Und was ist hier? Versuch's mit Schweif. Schweif? Hä? Wie meinen die das? Ist das eigentlich auf die Schweif ziehen, oder was? Bin ich verrückt? Ich bin doch nicht crazy. Ich hab doch was gehört. Ha. Muss mal alle... Oh, oh, oh. Stups mich hier nicht runter. Alter, was ruckelt das? Aber, ey. Sonst läuft doch die Aufnahme auch einwandfrei. Autsch. Verdammt. Achtung vor dir. Tolle Aussicht. Ja. Diese Kommentare könntest du sparen. Achtung vor dir, Feind. Vor dir, Feind. Da ist Feind auf jeden Fall. Einen sehr ungünstigen Ort. Komm her. Ich will nicht da kämpfen. Komm her. Ja, putt, putt, putt. Zack. Zack. Mist. Fuck. Ach. Damn. Dann weg ist er. Was, Blutfleck? Wieder jemand so mit den Zweihänden, ey. Alter. Ach. Wie kann man mit den Zweihänden kämpfen? Das ist doch hohen praktisch. Noch ein Blutfleck. Hä? Warum kämpft er? Ich bin jetzt auch tot. Oh, schön. Na, jetzt gibt's hier. Wow, zwei Stück von denen. Au. Wow. Ja, das ist eine äußerst unpraktische Stelle zum Kämpfen. Wenn ich das mal so sagen darf. Alter. Was haben wir hier? Pass auf, Menschlichkeit. Hä? Was meint der da? Ah. Das ist auf jeden Fall noch so ein scheiß Nageltier. Zack. Weg ist er. Schön. Wo die Lügner? Hä? Hier. Ah, meint der den oder was? Hä? Hä? Ah, das ist... Nachricht. Okay. Die Aufnahme ist jetzt bald beendet. Lügner. Hier. Okay. Die verwenden echt einen manchmal mehr als das einem was bringen. Alter. Warum rollt das jetzt gerade so? I don't understand it. Äh, da geht's noch hoch. Und wo geht's hier hin? Bezirk der Untoten. Da ist ein Zunesportal und da ist noch ein Scheiß. Juhu. Noch mehr Gegner. Zack. Zack. Oh, der lebt immer noch. Zack. Alexa. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Wildschwein oder so. Oder zu groß gewordener... Also ich Teufelshund. Okay, hier komme ich auf jeden Fall noch nicht hin. Da ist irgendwo noch der Drache. Naja, gut. Also hier geht's jetzt in der nächsten Aufnahme dann weiter. Aber guck mal, wo wir weitergehen. Kommt der jetzt eigentlich gleich? Halt, ich hab Angst vor dem. Hey, ich will Nachricht lesen. Kann ich da nicht nachricht lesen? Was ist das denn? Ah, Schwäche Hinterteil. Okay. Gefällt mir ganz und gar nicht. Okay. Ich mach dann mal hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Also, mach's gut. Und tschüss.